Musik Zu Hause bedeutet für mich, wo ich meine Wurzeln habe, wo ich aufgewachsen bin und wo ich immer wieder zurückkommen kann. Zu Hause ist für mich die schöne Natur, die ich jeden Tag um mich haben darf. Es ist mein Heimatdorf und es ist mein Elternhaus. Hier bei meinen Liebsten fühle ich mich wohl und geborgen, wo ich sein kann, wie ich bin. Auch gutes Essen mit Produkten aus der Region und die daraus entstehenden Gerichte bedeuten für mich Zuhause. Denn der Geruch dieser Gerichte wecken in mir Erinnerungen. Das gemeinsame Kochen, eine Atmosphäre schaffen und zusammen essen verbindet um das jeden von uns. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ja, denn nirgends schmeckt es besser als zuhause. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Ich möchte euch gerne vier Gerichte zeigen, die mich an mein Zuhause erinnern. Untertitelung. BR 2018 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 Jedes gemeinsame Dinner ist kostbare Zeit in meiner Familie. Man sollte diese Zeit viel öfters genießen und nicht nur an Feiertagen. In manchen Ländern bedeutet Essen mehr als Nahrungsaufnahme. Es ist Leben. Man kocht nicht nur, um sich satt zu fühlen, sondern um sich wohl zu fühlen. Ein gutes Essen, ein gemütliches Ambiente, mit lieben Menschen am Tisch und netten, anregenden Gesprächen. Was will man mehr? Man kann dabei sein? Man kann dabei den Alltagsstress wunderbar hinter sich lassen. Und auch für einen Augenblick vergessen. Und auch für einen Augenblick vergessen. In vielen Familien ist heute das gemeinsame Essen aber nicht mehr selbstverständlich. Umso wichtiger ist es, diese Zeit beim Essen bewusst wahrzunehmen. Und wenn es dann auch noch gut schmeckt, umso besser. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018